Let me show you just what I'm made of! Welcome! Es scheint noch gefährlicher zu sein, diese zu spät sollten wir aber zu einem späteren Zeitpunkt führen. Nun ja, das war auf jeden Fall gute Arbeit als Belohnmüchte, dass wir überreichen. Ich freue mich darauf, wieder mit dir zu arbeiten. Energiekapsel S? Okay. Ja. Besser als in die Hose gemacht, ne? Ja. Na gut. Dann gehen wir mal, begeben wir uns jetzt wieder zurück zum Zeitnest. So. Dann haben wir wieder Piccolo. Ihr könnt natürlich irgendwann noch mit den anderen trainieren, aber das mache ich dann vielleicht in ein oder zwei bestimmten Parts. Ich könnte ja zum Beispiel mit Krillin vielleicht wieder versuchen zu trainieren, weil ich bin jetzt um einiges stärker als vorher. So, da Kaioshin hat wieder für uns einen Zeitauftrag. Und wie war es? Eine Legende zu treffen? Haha. Hast du mich überwältigend? Findest du nicht? Du hast doch viel Potenzial, dich zu entwickeln, aber du hast schon Großforschung gemacht. Du solltest dich unter Wert verkaufen. Ich habe schon mal gesagt, es gibt auch viel zu tun. Bitte kümmere dich um die verbleibende Erinnerung an der Geschichte. Na denn? Auf Zeitpartouren gehen? Okay, viel Glück da draußen rüber zur Zeitkammer um loszulegen. Dann los. 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 40 % Los. 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 hinten auf. Los. Fahrer radio. Das ist ja, Dordoria. Zerbon, bitte gehen Sie! Ja! Hmm, das ist die Geschichte der Veränderung. Dordoria, nicht nur Dordoria, sondern auch von Zerbon. Das ist schwierig, dass die beiden weggehen. Du hast nur einen Teil von dir geholfen. Geh auf! Koi! Taiyouken! Nein! Mise! Mise! Vielleicht kann man nicht weggehen? Okay, Freezer Stehner, Zabon und Todoria. Zirazabons gesonnen hat eine bestimmte Menge. Zirazabons Energie um eine bestimmte Menge, ne? Also, dann mache ich mal. Alter! Kaioken! Da hat er mich kalt erwischt. So. Komm her, du! Lauf! Das ist Sklave Kloßbrühe. Ich bin der Zeit-Soldat Crush FortyFreak 89! Jussi! Minimasa! Das war schon mal ziemlich leicht. Ich habe mich gar nicht auf Todoria konzentrieren wollen. Vielleicht hätte das etwas mehr Erfahrung gebracht, aber dann hätte das auch auf meinen Rang ausgewirkt. Gut. Nächste Zeitherausforderung. Die Analyze für den Zerazabons Wofan von Todoria. Das war schon mal Größen. Das war schon mal Rang auszweilen. Eine einfache, Unruhung. Die Analyze für den Zerabons hat er sich wenn man aus dem Zerabons. Oh-oh, jetzt kommt Lord Slug hinzu, der böse Namekianer. Na denn? Wenn einer sterben wird, dann wirst du das sein. Oh-oh-oh, nice. Perfekter Treffer. Ah, schade. Ist euch Zugern damit kombiniert. Oh, jetzt aber passt es. Oh, die Gesundheit ist bereits auf ein bestimmtes Maß reduziert und es macht einfach nichts mehr. Ja, komm zu mir, Trunks. Ich könnte etwas Unterstützung brauchen, damit endlich die Story weitergeht. Der ist bestimmt wieder entwischt. Was hat der wieder angestellt hier? Naja, wir hatten sowieso kaum Probleme gegen den. Also die Story-Mission sind aktuell echt einfach. Nur gewisse andere Mission sind wirklich schwer, wenn zum Beispiel die eine Parallelquest... Hm. Na gut, weiter geht das. Hm. Vorsicht vor Dodoria, Vegeta. Okay, wir sollten Vegeta gegen Dodoria unterstützen? Meinetwegen. Na, immerhin. Ich weiß nicht, ob er die Verstärkung haben möchte. Oh, Mann. Ich weiß nicht, ob er die Verstärkung haben möchte. Also damit geht es leider nicht mit dem Kombinieren. Rafa Kaioken! Herrscher Todesstrahl, damit bin ich gesetzt. Hehehehe. Mit Freezers Technik. Beendet. Wow. Alter, mein Controller. Oh, der macht mich wahnsinnig. Hey. Ich weiß nicht. Was ist das? Er ist sehr gut. Er ist keine Geschichte. Er ist keine Geschichte. Ich habe auch noch eine Geschichte. Er ist keine Geschichte. Er ist ein Mensch. Er ist ein Mensch. Er ist doch eine von 4 её Woll zitten. Der Captain ist doch ein типа langaa Bwideer na Also, der Mische ist eine sehr größte neue Woll- und Beklar. Will man in Felden oder Felden? Der Jungs ABOUT snapfte Fächeln. Regenste sind noch лиш Gaming. Sie werden in Krupp oder CD Leader üben vorstellen. imated werden. Ich habe den zwei Arschluss gefeiert, aber ich habe noch die Anfragen. Ich habe noch etwas wie eine Frage, ob ich nicht mehr so achte. Also, das ist doch so. Aber ich habe noch einen Weg, damit ich will, um mich zuerst. Das war's für mich. Sie sehen, am Kontakt zu einer Zeitkabflingsw隊 sind die Zeitkabflüch sind. Wenn sie an als Nuss haben, sich ein Geräusch gibt, hat sie einen Garten zu einer Nachkabflüchung. Er ist ein Labor, was für Zeitkabflüchst. Ich bin jetzt noch ein Typen. Oh, oh, oh! Ich bin jetzt im Gegenteil, ich bin noch einen Geist-Tag. Ich bin dann auch noch. Ja, ich bin jetzt. Ja, um, dann haben wir uns die Halt-Tag-Tag. Soll ich doch noch einmal wieder, dann können wir nicht kuchen. Ja, ich bin dann doch nicht. Ich bin jetzt schon wieder ein Schwer-Pfler. Ich bin jetzt auch ein Schwer-Pfler. Ich bin jetzt auch ein Schwer-Pfler. Keine Sorge! Alle Welt chatten, Teams bilden, Parallelquests spielen und deinen Kämpfen teilnehmen. Nutze die Spiele-Info, um Teams zu bilden, neue Freunde zu finden und Kämpfen teilzunehmen. Du kannst dich höchstens 3 Stunden in der Mehrspieler-Lobby aufhalten. Danach wirst du automatisch abgemeldet. Das Spiel nachrichtig dich, wenn deine Zeit abläuft. Warum ist man nun begrenzt drin? Der Zeitzutatenrang wird in der Mehrspieler-Lobby angezeigt. Zeitzutatenringe werden jede Woche zurückgesetzt und Spieler steigen im Rang auf und ab. In Spieleinstellungen im Lobby-Menü kannst du festlegen, ob der Zeitzutatenrang über Charakteren eingeblendet werden soll. Du kannst deinen Zeitzutatenrang verbessern, indem du Kämpfe ohne Einschränkung gewinnst oder Herausforderungen gegen andere Spiele in Condon City bestehst. In der Teamregistrierung im Empfangsbereich kannst du ein Team mit einem Teamleiter und bis zu zwei weitere Teammitglieder gründen. Teams können gemeinsam Kämpfe am Parallelquests bestreiten. Um eine Parallelquests oder einen Kampf anzunehmen, musst du erteilen Teamleiter sie oder ihn am Empfang annehmen. Danach können die anderen Teammitglieder der Quest oder in den Kampf beitreten. Teamleiter können ihrem Team einen Zeitzutaten hinzufügen, indem sie die Spiele im Vorhinein des Spielers öffnen und dann in der Einzelspieler-Lobby rekrutieren oder in der Mehrspieler-Lobby einladen. Und dann in der Einzelspieler-Lobby rekrutieren oder in der Mehrspieler-Lobby mit dem Select-Knopf einladen auswählen. Entzünde ein Leuchtfeuer, indem du nach oben drückst, um deinen Teammitglied in deiner Position auf der Karte zu zeigen. Um ein Teammitglied aus dem Team zu entfernen, öffnen den Spiele im Vorhinein des betreffenden Spielers. Wähle Select-Rauswerfen aus. Um ein Team zu verlassen, öffne ich das Lobby-Menü und wähle X-Team-Verlassen aus. Möchte ein Teamleiter das Team auflösen, muss er im Lobby-Menü X-Auflösen auswählen. Okay. Nuss-Event wurde angekündigt. Äh, ja, okay. Okay, laufend neue Events. Voralledem, ja, ein Quest-Event gibt es und Zeitspalt-Events. Und wir haben weitere Zeit-Story-Events. Aber ich kümmere mich jetzt erstmals um die Zeitspalt- und Quest-Events. Die sind oberste Priorität. Oh, und die Musik hat sich jetzt verändert. Okay. Ja, jetzt werden lauter Filler-Parts, äh, mit, äh, Quests... Oh, ich kann mit A abbremsen. Sieh ihn an. Hätte er es vorher gewusst. Das ist doch, wie geht er? Den hatte ich noch gar nicht als Lehrer. Hm. Ja, ähm, trainiere ich mal mit ihm ganz schnell. Ich soll Leute trainieren. Also bin ich den ganzen Weg hergekommen. Und es bittelt mich jederzeit zu deiner Stadt- und Lektion an. Glauben die wirklich mit Stärke könnten so viel, dass unsere Käfer weitergehen? Was, ich schätze. Soll ich auch unterrichten? Hm, da muss ich zuerst beweisen. Ich bin nicht dein Kennermädchen. Wenn du genug Momente Knochen hast, können wir loslegen. Oh, du siehst also, wirst du bereit für ein paar Lektionen. Hoffentlich hat er daran gedacht, diesmal auch ein bisschen Können mitzubringen. Keine Sorge. Das kriege ich schon auf die Reihe. Dann kriege ich vielleicht jetzt den Galex-Strahl. Da war gerade von Galex-Strahl reden. Ich habe das vollkommen vergessen, noch hinzuzufügen. Aber egal. Wie geht das Prüfung? Und los. Für eure mächtige... Ja, der Galex-Strahl. Wow. Optisch sieht er eh so ziemlich ansprechend aus. Ja. Das ist eine perfekte Kombi hier. Ich glaube, den Galex-Strahl sollte ich anstelle des Kami-Hami-Has hier ausrüsten. Das ging schnell. Ich habe da selber ein bisschen Schaden kassiert, aber was soll's. Da ist er, der Galex-Strahl. Aber da war ja noch eine weitere Galex-Strahl-Technik, die ich ja irgendwo kriegen konnte. Okay, scheiße, es wird zu sein, unterrichtet zu werden. Aber ich werde mich nicht deswegen zurückhalten, um zu versorgen, dass du mithalten kannst. Mal sehen. Du kannst anfangen, die Galex-Strahl-Technik zu meistern, die ich gerade beigebracht habe. Denk dran. Ich habe keine Zeit, dich alles zu nehmen, benutze, zum Lernen deinen eigenen Sinne. Eigenen Sinne. Ist das klar? Jetzt werde ich mal die Parts damit verbringen, Parallel-Quests und andere Zeitspalt-Events abzustellen. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Quest-Events und auch die Ausbilder-Events. Ich möchte meinen Charakter nämlich hier stärken können und nicht alles durchrushen. Bitte also nicht wieder rumhaten mit, äh, mach mehr Story! Weil, wenn ihr nur wegen der Story hier seid, dann braucht ihr euch mein Netzplay gar nicht angucken, weil ich will alles hier möglichst erkunden können. So viel wie nur geht. So, da ist wieder eine Teleportstation. Aber warte mal, ich möchte vorher mich noch, äh, möchte vorher ein bisschen shoppen gehen, weil vielleicht gibt es da wieder was Neues. Moment. Was ist mit der? Was ist mit der Gesichter? So, wisst du was? Wenn ja, musst du mir deine beste Toki-Toki-Präsidenten zeigen. Wann, witz, schau mich nicht so an. Hier, nimm! Schokolade! Ah, wir haben etwas Essen für Majin Buu! Immerhin, haben wir schon mal etwas. Aber kann man das auch irgendwo kaufen oder kriegen? Durch, welche Quests? Oh mein Gott. Wie sieht die denn aus? Ah, da, du musst kein Wort sagen. Ich weiß genau, was du sagen willst. Du wirst wissen, wie das Wett morgen in Condor City sein wird, oder? Es ist einfach so ein wunderschöner Tag. Äh, ja, danke. Ja. Oh man, manche sind aber echt klein hier. Man kann wirklich die Karatea so klein machen. Ein Mischladen hat was. Auf jeden Fall. Der Fähigkeitenladen. Schauen wir mal hier. Der hat vielleicht wieder was Neues. Tatsächlich. Super-Key-Explosion. Lass deinen Key. Spedern und füge den Gegner in der Nähe schaden. So haltet die Taste zum Einsatz. Key. Drückt um Dauer-Explosions-Verlängern. Das ist ein ultimativem Angriff. Urlaubsauslöschung und Riesensturm. Oh. Vier! Kaioken Kamehameha! Armkreuz Sturzangriff. Und Kaioken Kamehameha. Da schaue ich, ob ich die ZP-Medalien dafür habe. Ich habe sie! Dann nehme ich mir doch gleich diese Sachen. Ah, shit. Für Kaioken Kamehameha geht es nicht mehr aus. Ich kann nicht noch was... Ne. Ich brauche dafür noch einiges mehr an Kohle. Deswegen sollte ich jetzt ein paar Parallelquests machen. Aber vorher mal kommen, äh... Zeitspalt und Quest-Events dran. Die stehen jetzt bei mir im Vordergrund. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Vorab röste ich jetzt meine... Attribute kann ich noch boosten? Ja, kann ich. So, und jetzt mal Fähigkeiten ändern. Wunderfaches Urkneu Kamehameha. Dafür fehlt es mir noch etwas. Finale Kamehameha. Hier, Vierer Kaioken Kamehameha. Oh, ich kann es sogar aufladen. Super Keksperson. Vierer Kaioken Kamehameha. Und Galexstrahl. Big Sam Kamehameha. Dodon-Meh. Galexstrahl. Da gab es noch eine andere Technik. Wigenlidschlag. Amkreuz Sturzangriff. Letzter Schlag. Ja, gut. Der Galexstrahl. Der verbraucht weniger Zeit zum Aufladen. Ist zwar nicht ganz so stark, wie es Kamehameha, aber... Verbraucht weniger Zeit zum Aufladen. Und, ja, wie geht das? Technik ist wirklich auch was ganz... Eigentlich auch wirklich ziemlich cool. Gut, aber jetzt... Wie viel haben wir eigentlich? Ja, ich könnte noch eine... Eine Zeitspalt-Event-Quest machen. So, dann sollte ich Dynamik-Angriffe zuerst mal erledigen. Und dann das andere. Wenn ich das ist dann als... Oh, da ist er. So. Oh, bei der ist ein Haus. Damit fange ich an. Ja, das wird er angegriffen. Und... Dementsprechend muss ich jetzt hier mal aushelfen. Okay, Nail. Was geht denn? Wie ist das so untergeben? Das ist auch untergeben nach Dragon Boss. Die Gewalt kennt keine Grenzen. Sie greifen wahllos an. Wenn ich die Länge für Unruhe ist, dann bist du bereit, sie aufzuhalten. Ja, bin ich! Oder Dragon Boss, bevor sie die Empfing kriegen. Es liegt an dir. Ja, aber diesmal musst du mir auch ein bisschen besser helfen können, ne? Was gibt es denn dafür? Aura-Kapsel S und Gruppenenergie-Kapsel S. Wie ist denn mehr wir die amerikanischen Dragon Balls beschützen? Mit aller Macht. Hier hat sich auch dementsprechend der Soundtrack verändert. Das klingt jetzt ein bisschen bedrohlicher als vorher. Ein bisschen. Sogar sehr bedrohlicher. Sehr viel bedrohlicher. Okay, Namek-Verteidigung Nummer 2. Vier Dragon Balls zurückholen. Das sind also die letzten noch auf der Liste. Ach. Ich hasse das. Mann! Wie schnell sind die eigentlich? Lasst mich doch mal in Ruhe! Wie kann ich denn da ausweichen? Schön. Ihr wolltet es nicht anders. Verschwindet! Da ist einer. Moment, da ist noch einer. Ah. Gleich doch raus! Ich drücke die ganze Zeit. Ah! Hm. Du lästiger... Vierer Kaioken kam ja mehr. Schwinde, ey. Bastard. Mann! Mann! Die sind lästiger wie die Nacht. Ich darf es nicht vermasseln, ey. Also, früher waren die noch recht einfach, diese Mission. Aber heute... Mann! Der lässt mich auch nicht in Ruhe! Ich fliege so schnell ich kann! Wie schnell soll ich eigentlich noch fliegen, um in den Kommen zu können? Da! Da! Die Pär! Okay, im Flug erwischt. Und jetzt aber schnell hier weg. Oh, du Arsch! Wo ist denn... Du hier. Da ist er. Jetzt reicht's mir! Dich prügel ich jetzt windelweich! Gärlek! Strahl! Der wird das ab! Warte! Ich glaub's nicht, ey! Wenn ich den erstmal besiege, dann ist Ruhe im Karton. Ernsthaft. Die sind lästiger als fliegen. Was zum... Mitten im Fluge, wer da ab! Ich wollte einfach damit nachsetzen. Ah, shit. So, der ist schon mal weg vom Fenster. Ein Problem weniger. Hat der einen Dragon Ball überhaupt? Nee, hat er nicht. So, schön nachgesetzt hier. Ja, ich kann's aber noch nachsetzen, ey! Das ist geil, der Angriff. Aber dafür bin ich ein bisschen erschöpft. Am Ende. So, wo sind die Dragon Balls? Ach, komm! Setz doch nicht diesen Angriff ein. Und weg! So, und jetzt holen wir uns endlich mal die Dragon Balls. Da ist der eine, den ich wahrscheinlich verloren habe. Ist im Haus einer? Nö, da liegt einer am Boden. So, zum Ziel. Sehr gut. Also die... größten... Schwierigkeiten habe ich schon mal hinter mir in der Situation. So, zwei. Hin und noch. Zwei im Sinn. Wo... Wo ist er denn? Achso, hier. Fail. Ich glaube, die Freezer-Gegner sind erstmals alle weg. So. Wo ist der letzte? Bringe ich den erstmals zurück. Und hier ist der letzte. Wo ist er denn? Der letzte? Im Hause hier? Nein. Da. Da. Geschafft! Hui, das war wieder ein bisschen heftig. So. Gruppenenergie-Kapsel ist. Okay. Gruppenenergie-Kapsel, damit kann ich auch die KP in meiner Gruppe wieder auffüllen. So, da herrscht jetzt wieder Frieden. Wir konnten ja jetzt die Stellung zu Land. Gebeten, danke. Der macht weiter. Ja, geschehen. Nice. Haben wir es auch geschafft. Was denn, soll ich es nochmal erklären? Nö. Nicht nötig. Ich weiß es ja schon, wie es geht hier. Na? Hast du was? Oh, da bist du ja das, was du bettest. Das hat das Gemüse wirklich gut wachsen lassen. Ich habe zu verdanken. Bitte nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Kampfanzug. Oh. Oh. Dankeschön. Ich bin bescheuert, wenn du Zeit hast, mir ein paar Vorteil auf die Farbe zu bringen. Ich könnte dringend etwas für gebrauchen. Dann, hey. Was brauchst du denn? Gruppenenergie-Kapsel M. Okay. Ein andern Mal. So. Kampfanzug. Was haben wir denn da für eine Art Kampfanzug bekommen? Hä? What? Ach, der ist nur für die Namekianerasse oder was? Ja. Na gut. Was soll's. Okay, dann machen wir dann. Oder machen wir das noch? Ja, komm. Wir machen diesen Part mal etwas länger. Und was werden uns jetzt einer weiteren Mission bilden? Die Frage ist nur, wo findet ein Event statt? Ich glaube, das ist Mr. Satans Haus, oder? Wenn ich das bloß angezeigt bekomme über die Karte. Schauen wir mal, Mr. Satans Haus vielleicht. Oder Freeza's Orbiter? War da eine Mission? Nein. Hier nicht. Hier gibt es aktuell keine, ähm... Kein Zeitspalt-Event. Dann ist es bei Mr. Satans Haus. Aber ich könnte bei Mr. Satans Haus ihm noch Sproulade überbringen. Mach ich das mal schnell. Damit ich ihm helfen kann, äh, Familienzuwachs zu bekommen. Hm. Ich hoffe, mir kommt aber auch Kostüme für andere Klassen. Nicht bloß für die Margin-Klasse. Ja, hier bitte. Schokolade. Hat aber nicht besonders viel gefüllt. Ja. Nach und nach bekommen wir bestimmt noch sehr viel zu essen hier. So, na denn. Jetzt wird es Zeit, bei Mr. Satans Haus, äh, einen Auftrag zu erledigen. Das war Mr. Satans Haus. Da muss doch ein Zeitspalt-Event stattfinden, ne? Tatsächlich. Hier ist einmal richtig. So, dann schau mal das mal aus. Ja, Mr. Satan hat für uns eine Quest. Die hingegen haben jetzt noch nichts für uns, aber Mr. Satan hat für uns was. Ja, als Erdling haben wir es hier gut. Hm, 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 hm. Schnell, da hat es zu geben, meine Herausforderung zu bewältigen. Gute Arbeit bei der letzten Herausforderung. Du warst schneller fertig, als ihr erwartet habt. Nun, hier ist ein Belohn. Was meinst du? Sie ist etwas zu toll. Ha, das passt schon. Sie gehört dir. Nimm sie. Du hast sie verdient. Pass auf. Ich bin Mr. Satan. Er weiß, was ich sage. Soll ich sie nehmen, dann nimmst du sie auch. Du hast die Herausforderung abschlossen. Du hättest 2.000 Cent als Belohnung. Als Erdling hast du außerdem noch 10.000, äh, 1.000, 2.000 und 1.000 noch zusätzlich. Okay, 3.000, nicht schlecht. Ich habe schon nicht gedacht, dass das jetzt auch schon fertig ist. Ich habe da noch nicht meine Fähigkeiten gesehen. Ich bin immer noch nicht sicher, ob du hast Zeit, zu meinem Leibrecht zu werden. Also kommt auch eine Herausforderung. Erzähl ein 35-Treffer-Kombo. Wieso fühlst du mich so komisch an? Natürlich will ich, dass du mein Leibrecht erwähnst, dass du wachst. Zweitens hast du, dass du vergesst, dass ich der Weltmeister bin. Hast du das Weltmeister niemals erwähnt? Du hast die Beruhigung. Ich habe noch ein paar Herausforderungen für dich. Wenn du mit all meiner Herausforderungen bestehst, erlaubst du mir, mein Leibwächter zu werden. Ja, dann schließe ich sie mal ab. Ganz alles zu geben, meine Herausforderung zu bewältigen. Gute Arbeit, weil letzte Herausforderung war es schon, wenn ich ganz erwartet habe. Oh, ich habe die 35-Kombo hinbekommen. Das zählt also schon, wenn ich, äh, äh, während meines Verlaufs zählt also, äh, der zusätzliche Verlauf zählt also auch nur 2.000. Also jedes Mal 3.000. Schieße 6-Quest ab. Okay, ja, habe ich. Nein? Okay, ich muss jetzt mal weitere 6 andere Quests abschließen. Na gut, ähm, haben wir das auch erledigt. Ein bisschen Kohle dadurch verdient. Aha. Das sieht niedlich aus. Eko, seht das mal an und das ist ein Margin. Alter, also... Warum gibt es so etwas nicht in der TV-Serie? Ehrlich? Ich bin sicher, äh, ich bin sicher, so manchen männlichen Fans würde das gefallen. Ein bisschen Fanservice wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber jetzt nicht Fanservice im Sinne von erwischen was, weil das ist schon echt übertrieben. Na gut, ähm... Gehen wir aber zum Empfangsbereich zurück. Und begeben wir uns hier zu dieser einen... Hm, was wollen die eigentlich? Ich weiß nicht, was die alle wollen immer. Ich glaube, die geben nur Tipps. Okay. Wow. Aua. Ach, ich habe ja vergessen, dass ich mit A bremsen kann. Moment. Aha. Die kniet sich nur so nieder. Deswegen sah sie so klein aus. Ich dachte mir, what? Wie klein ist denn der, oh sie? Mit A-Knopf sollte ich nicht vergessen, dass ich abbremsen kann. So. Ein Pflanzenmann? Was hat denn der hier verloren? Ey. Hier war ich ja noch gar nicht. Sieh, ist das ein... Oh, Salatkopf. Hm. Das ist bestimmt auch was für Buu. Sieh eine an. Wo bist denn hier gelandet? Hier war ich ja echt noch nie. Ich dachte, ich hätte mich schon so ziemlich überall umgesehen. Gegengiftkapsel? Also man findet Essen auch unterwegs, hm? Na, ha, ha, man. Oh, Meta. Ja, okay, ähm. Dann, ähm. Werden wir uns mal diesen verflexten Pflanzenmann widmen. Ja, und da treten dabei noch in... Treten dabei noch nebenbei gepflegt, äh, auf die... Oh, da können wir rein. Ha, lol. Aber nix machen da drin. Vielleicht gibt's aber hier was. Ne, gibt's nicht. In dembei sind wir noch gepflegt auf die Salatbäder getreten, auf das, äh, Salatbäth getreten. Warum auch nicht? Er start dich angestrengt an. Er macht aber etwas sagen. Willst du dir das Anliegen des Pflanzmanns an? Jo. Okay. Ich muss wohl, äh, Rache für ihn üben. Kayoken Kamehameha! Wer, wenn ich das nicht bekomme? Wehe! Ich will das Zeug haben, unbedingt. Deswegen muss ich also hier die Setgruppe, also so einen Kuchilin, so einen Gohan und so einen Goku bezwingen. Das sage ich nur her mit dem Zeug. Und ich muss dabei Vegeta unterstützen, he? Na komm her! Lass ihn in Ruhe! Und zack! Na komm her! Ach komm! Warum traf ich damit nie? Ich kann so viel spammen, wie ich will. Bringt leider nichts. Oh yeah! Nö! Eigentlich nicht! Ich komme ganz alleine zurecht! Naja, ich will jetzt nicht angeben, okay? Nicht missverstehen. Das bringt nichts. Okay. Gehen wir mal zu Dreifach-Kaioken und nutzen das Vier-Kaioken Kamehameha. So. Wieder ein bisschen Ausdauer sparen damit. Ich freue mich schon, wenn wir dann erstmals eine bessere Verwandlung drauf haben. So, jetzt kommt so Goku. Da ist er. Da ist er. Komm her, du! So. Schön richtig draufsetzen. Ja, die Technik erschöpft mich leider ein bisschen. Das ist das Problem, wenn ich mit ihr nachsetze. Aber sonst ist sie echt cool. Muss ich schon sagen. Oh, der erhält ganz schön was aus. Muss man ja schon lassen. Okay. Nice, ey. Oh, yeah. Was? Oh, oh. Er gibt nicht auf. Jetzt kommt die Kaioken. Und so, Gohan steht auch wieder auf. Und Krillin wahrscheinlich auch, ne? Okay, das nimmt nochmal eine überraschende Wende. Aua. Und da geht er auch schon ab hier. Alter, ja, ist mal gut. Chill, chill, chill. Ja, jetzt setz doch mal endlich Superangriff ein. Oh, nicht schlecht, ey. Wow. So. Hier kriegst du. Kassiere und lest. Und jetzt zeige ich dir meine Kaioken. Und nochmal sehen, was du... Ach, du sagst, verdammt nochmal. Ja, wenn beide auf mich zu... Ach. Ey, lass mich nehmen, lass mich nehmen, lass mich nehmen. Was? Was? Nein! Wenn Vegeta verliert, dann ist es aus. Ach, come on. Hey, nein, ich krieg die Fähigkeit nicht. Hey, hey, bitte hol die Quest. Bitte lass mich die Quest wiederholen. Lass mich die Quest im Himmel wiederholen. Lässt du mich? Scheint sehr erfreut zu sein. Ja, und? Aaaaaaah! Nein! Bitte sag mir, dass die wenigstens als Parallelquest wieder da ist. Hättest du vorher gewusst, dass Vegeta überleben muss? Shit! Jetzt hab ich... Jetzt hab ich dadurch... ...ne Technik verloren. Die muss ich jetzt doch per... ...Kohle kaufen. Das kann nicht wahr sein. Muss ich doch jetzt tatsächlich mit Geld kaufen, das Zeugs. Was? So'n Scheiß aber auch! Oh, man! Wie ist das vorher gewusst? Wo war nochmal hier... Ach, da. Oder? Ja, da drüben. Gibt's eigentlich wieder meine Parallelquests? Ja. Sei jetzt schon... Sei jetzt schon stolz. Oh! Ja, tatsächlich. Tatsächlich, da ist es wieder. Okay. Auf Feuer gibt es dann... ...ab der nächsten Part die Affenfront. Ja, okay. Kann man nix machen. Immerhin wissen wir die Sonderbedingung. Und wie immer, wenn's dir gefallen wusste. Dennoch, bitte ich dir zu beschädigen, mit einem Daumen nach oben. Dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid ja wieder mit dabei. Seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crash-Full-Effekt hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Dragon Ball. Set Xenoverse 2. Also, auf Wiedersehen. Und... Tschüss, Leute!